Herzlich Willkommen bei Subaru of England. Mein Name ist John Gephardt. Ich bin der stellvertretende Leiter der Abteilung Ersatzteile und Unterstützung. Wir sind Alleinvertriebshändler für Subaru-Fahrzeuge und Ersatzteile in den sechs Bundesstaaten von Neuengland. 2014 haben wir neben unserem alten Werk ein neues Gebäude errichtet. Wir haben uns beträchtlich vergrößert. Während unser altes Werk 5109,7 Quadratmeter, 55.000 Quadratfuß groß war, bedeckt das neue Gebäude eine Fläche von 8825,8 Quadratmeter, 95.000 Quadratfuß. In diesem Gebäude stehen neun Lifte, in denen ein Großteil der Bauteile gelagert wird, die unter einer Motorhaube zu finden sind. Es handelt sich dabei um Sensoren, Muttern, Bolzen und Unterlegscheiben. Jeder von uns 64 Verteilern erhält täglich einen Auftrag für die Auslieferung am darauf folgenden Tag, den er eingibt. Es ist daher sehr wichtig, dass die Teile jede Nacht kommissioniert, verpackt und korrekt an den Vertriebshändler verschickt werden. Das Modula-Lagersystem hilft uns also bei der Kommissionierung effizient zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass die Fristen zum Tagesende eingehalten und damit die Aufträge verschickt werden. Mit dem neuen Modula-Lagersystem können bis zu 60 Aufträge gleichzeitig kommissioniert werden. Wir haben drei Bereiche und in jedem Bereich können bis zu 20 Aufträge kommissioniert werden. Wir haben neun Lifte erworben, um unsere Produktion zu verbessern. Und diese Verbesserung wird durch die Entnahme per Doppelausschub ermöglicht. Die Aufträge werden in die Lifte eingegeben und diese lassen einen Träger ausfahren. Bei uns ist das normalerweise der unterste Träger. Wenn wir dann die erste Entnahme tätigen, fährt sofort der nächste Träger heraus, wodurch wir effizienter arbeiten und Zeit einsparen können. Im alten Werk haben wir Karusselllager verwendet. Die Schwierigkeiten bei ihrer Bedienung lagen in der Tatsache, dass wir zur Entnahme der Teile auf Leitern steigen mussten. Dazu kamen Probleme mit der Sicherheit und mit der großen Stellfläche. Damals musste man viel laufen. Man wusste nie, wo sich das jeweilige Teil befand. Man musste in der Dokumentation in Papierform nachlesen und dann einfach auf die Suche gehen. Heute dagegen weiß der Lift, welche Teile ich brauche. Und während er mir das erste Teil herunterfährt und ich es entnehme, fährt schon der nächste Träger heraus und ich habe keine Wartezeiten. Das heißt, der Lift arbeitet für mich. Wir haben ein System mit LED-Lampenleiste, die die Position und die Artikelnummer des jeweiligen Teils anzeigt. Darüber steht die Menge der Teile, die entnommen werden muss. Es gibt eine Zahlenreihe und eine Buchstabenreihe. Und man muss eigentlich nur beispielsweise nach A7 suchen und dann direkt in das Fach greifen, wo sich das Material befindet. Jetzt ist alles sehr viel einfacher, weil ich praktisch nur stehen bleiben muss. Ich bewege mich lediglich in diesem Bereich hier und muss keine Leitern hinaufklettern oder irgendetwas Besonderes machen. Das Lagersystem bringt die Teile zu mir. Bei der Entscheidung, welche Ausstattung wir für das neue Werk verwenden sollten, wollten wir sicher gehen, dass wenig Stellfläche gebraucht würde und dass eine effizientere und sicherere Kommissionierung gegeben wäre. Zu den Vorteilen, die wir durch den Einsatz des Modula-Lagersystems verzeichnen konnten, gehört vornehmlich die geringe Stellfläche. Die Produkte werden bis zu einer Höhe von 11 Metern 35 Fuß eingelagert und es handelt sich um ein abgegrenztes Lagersystem. Was uns daran gefällt, ist, dass die Teile sauber gelagert werden. Wir müssen also nicht fürchten, dass sie verschmutzen und können mehr Artikel in weniger Zeit sowie auf eine sichere Art kommissionieren. Ich glaube, dass wir die Ziele, die wir uns bei der Planung der Anlage gesteckt hatten, mit dem Modula-Lagersystem erreicht haben. Größere Effizienz, geringere Stellfläche, ein eingegrenztes, geschützteres und sichereres Lagersystem, das unseren Bedienern nicht nur ein effizienteres Kommissionieren des Lagerguts ermöglicht, sondern auch eine verbesserte Arbeitsumgebung bietet.